Moin YouTube, zuallererst hier die Arcana und die Bild, die ich in dem Video verwendet habe. Das Video kommt quasi frisch vom Stream gestern, ich war relativ erschöpft, habe deshalb auf dem Smurf gespielt. Immerhin habe ich es geschafft, noch ein gutes Gameplay für euch rauszuhauen und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Did you watch Tarot in Tokyo Ghoul? Meinst du die letzte Staffel oder was meinst du? Weiß ich auch nicht, warum du das in Englisch gespielt hast. Du spielst jetzt Zahnes im Jungle mit dem Bogen oder mit Sehenschnitter? Mit Leviathan würde ich den im Jungle spielen. Mit Leviathan, also mit, wie heißt die Scheiß auf Deutsch, mit Hirnfrost würde ich den im Jungle spielen. 4 gegen 5 Boys, so hat btw. auch mein erstes Airi-Game auf dem Account hier ausgesehen. Meine ersten 3 Airi-Games in fact. Terror in Tokyo is love. Ich weiß nicht, was Terror in Tokyo ist. Ist er jetzt wieder da oder ist das ein Bot? Naja, er muss ja wieder da sein, sonst wird er irgendwie in Folge, ne? Ne, ist das 2014 echt gut, kann ich dir empfehlen. Ähm, schreib mir das mal im Discord-Sleeping. Dann schreib ich mir das mal ne Liste rein. Mann, ich muss ja wieder das mal ne, lass mich doch machen. Mann, ich muss ja wieder da sein. Oh, das ist Rescat Advanced Might-Künsten. Ich glaube, ihr habt Tokyo Ghoul gelesen. Ja, ich habe Tokyo Ghoul gelesen, aber ich weiß jetzt, dass ihr nicht Tokyo Ghoul meint. Keine Sorge. Ah, reden wir nicht drüber, what the fuck. Ich habe einfach gerade den Chat geguckt, anstelle ich zu smiten, mir ist das gar nicht aufgefallen. I'm getting gift cards this weekend. What kind of gift cards do I mean? What do you mean for Arena Failure to buy Murat with Relive Money, or what do you mean? I'm so confused right now. Oh mein Gott, ich habe gerade Boots gekauft, weil ich hier oben draufklicken wollte. Oh, die Autotech war clean. Die neue Tokyo Kaffee ist echt nice. Findest du, ich finde die bis jetzt ziemlich underwhelming. Ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen, aber ich werde die letzte Folge aufholen, denke ich am Wochenende. Bisher fand ich die Staffel ziemlich underwhelming, also nicht so geil. Ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen, aber ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. Ich liebe den Song. Ich liebe den Song so hart. Das ist so ein guter Song. Johnny Cash ist einfach eine Legenda. To buy me around. Ah ok, now it makes sense. Sorry that I'm not keeping track with what we are writing, but I'm just way too tired and exhausted. Vielen Dank. Hey, what the fuck, wo ist der Buff? Ach der wird nach oben gezogen, lol. Smite während Racha ab ist. Good decision making, good decision making. Kennt ihr meine Mangas? Ja, ich lese halt keine Mangas, deshalb bin ich da immer relativ unvoreingenommen. Arto hat Teleport dabei, what the fuck. Geht der echt weg? Lol der ist weggegangen, ok. Vielen Dank. Oh, gut. You need to rest dude. Yeah, I really should rest. But I really wanna play so, yeah. I'm kinda in a dilemma. First world problems, you know. I wanna play but I need to go to bed so. Lol ist der low, ich hätte einfach one shotten können, what the fuck. Oh mein Gott, oh mein Gott. Keno spielt eh auch mit Flash, aber warum spielt man Artur mit Flash? Also was hat man davon, was für einen Vorteil hat man damit? Kommt man damit besser auf Ad-Carries drauf, oder was? im rank 30 u, hey gizetverkost and hiverkost wassup mate first, hey gizetverkost so im rank 30 u, hey gizetverkost and hirozdv salsen exdv yi jxdv yyyy ahhh ooooh resident sleeper i zzzzzzz So ich dich scheiße 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 So ich dich scheiße scheiße Ich schicke scheiße So ich dich scheiße 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 Uhhh Your joke on this one game seems legit Haha Oh my god Guys taking their noses into their asses It's so copyright but I like it Get it? I like it I'm not going to join the fight If I'm going to join the fight I'm most likely going to die That's when I'm just going to avoid the fight and go for the mid lane tower I could have also taken the blue buff of the tower The way I have priority than the tower So yeah Why do I speak english? To be continued To be continued I'm not going to join the fight 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 Oh I played this I have so scheiße gespielt Holy shit Das ist echt weh Ich hab so ziemlich alles falsch gemacht was ich falsch machen konnte in der Situation Carry me freaky Did you see how I played this evening? There's no one I can carry I'm playing just way too bad to carry anyone Yeah that's why I'm playing on my smurf obviously So Oh my god Wenn ich deinen sucker jetzt sehe und mein Ja du musst auch daran deck ich bin auf dem smurf Ich bin nicht auf dem main account Wow The suka plays Yeah I'm just fat as fuck There's not much I can do wrong Just look at the scoreboard I'm so fat man There's nothing I can do wrong I can even go in 1v3 I'm pretty much most likely going to kill one or two of those guys So yeah There's nothing special about this game In my opinion at least There's nothing special about this game To reinvent the electronic music But I think that's good Holy shit The music is Mr. Lionel Katz The microphone is Mr. Jacob And the rest of the sound of this spectacle The rest of the sound of this spectacle It's Mr. Fatibanda Please applaud you please Tube Turbo Da게 ist Mr. Mataji He says He said There's nothing other ADA I don't adore He said Then he said That's the way That's the way Somebody st akled When we過oted We agree If you plan Feel the park Feel the way Make sure Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne eine kleine Bewertung oder einen Kommentar da und damit sehe ich euch hoffentlich beim nächsten Video oder im nächsten Stream. Ciao!